Oh, es geht weiter. Oh nein, sie ist ausverkauft. Da ist sie. Okay, sie hat nur zwei Yen, aber sie braucht drei. Okay, wenn sie die Musik bekommt, sie einen Yen und dazu muss sie irgendwie zunehmen. Alles klar. Und dann sind wir auch schon wieder bei der neuen Folge von der Sushi Cat. Oh yeah, wir fangen einfach mal gleich direkt an. Oh mein Gott. Andere Musik, oder? Rap, rap, rap. Oh mein Gott, fress dich voll, kleine Katze. Die Musik wird irgendwie immer cooler. Gibt es hier, ah, da gibt es so, das sind auch so Wirbelwände oder so, die man jetzt statt den anderen Katzen einsammeln kann. Vielleicht kriege ich ja so einen. Ah, jetzt. Ah, da sammelt sie alles drumherum ein. Aha. Aha. Bin wir auch nochmal hier. Vielleicht kriege ich ja auch den Wirbelwind. Oh nein, so viel Glück hatte ich jetzt nicht. Acht Sushi-Stücke muss ich noch sammeln. Jetzt versuche ich mal hier so durch zu flutschen. Und... Zwei Sushi-Stücke brauche ich noch. Ach, das kriege ich hin, dass ich einfach die Katze hier runterfallen. Und noch ein Sushi-Stück und... Wie sie denn urscht flutscht. Ah, wie lustig. Scheiße. Oh Mann. Okay. Und der Score steigt weiter. Continue. Ach, du Schande. Ach, sie ist gerade auch in der Anzeige von der Katze links. Je mehr ich fresse, desto glücklicher guckt sie. Oder? Ich gucke nämlich gerade noch echt traurig. Ah, jetzt guckt sie nochmal. Das ist schön. Uah. Oh, Alter. So viel Sushi. Okay, jetzt probiere ich es hier auch noch. Yum, yum. Yum, yum. Oh yeah. Spannend fünf Stück. Kriege ich das noch hin? Oh nein. Schade. Okay, aber ich habe auch zwei Versuche. Und wir sind zwei Versuche, uns schaffen, zwei Stück Sushi zu essen. Und ich denke mal, das wird mir gelingen. Sag ich doch. Wobei ich mir den Score jetzt ein bisschen größer vorgestellt habe. Oh nein, ich wollte jetzt eigentlich... Ich habe gehofft, dass ich... Ach, egal. Oh, ich kann nochmal. Okay. Warum ist das jetzt so? Und? Ehe! Ach, sch... Ach, Mann. Egal. Ich habe es geschafft. Und das ist die Hauptsache. Sehr schön. Und der Score steigt. Oh yeah. Okay, was ist jetzt hier? Oh Gott, hier blicke ich jetzt gar nicht mehr durch. Ich muss jetzt einfach mal hier am Rand fallen. Und gucke, was passiert. Ah, okay. Okay. Ich muss jetzt hier mal einfach mal in der Mitte fallen. Jetzt... Ah, okay. Da war so ein Doppelding. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, sie frisst sich ganz schön voll. Oh yeah. Jetzt lasse ich sie hier fallen. In der Hoffnung, dass sie... Ehe. Das komische Ding ist ganz schön... Oh, jetzt habe ich hier rumspringen. Oh. Das hätte ich mir jetzt erst gesagt ein bisschen besser vorgestellt. Ähm, Moment. Ich versuche es jetzt. Oh yeah, ich habe es hin gekriegt. Oh yeah, da war noch so ein... Ich hatte es gerade gar nicht gesehen, wie so die Wirbeldinger sind. Naja, egal. Ich versuche das einfach mal irgendwie... Das war jetzt mega schlecht. Das habe ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt. Aber egal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt so ganz spontan Appetit auf ein wenig Sushi. Oh, das habe ich außerdem schon losgelassen. Oh mein Gott. Okay. Naja, nicht so schlimm. Ah, da ist in der Mitte so ein Wirbelwind. Oh Gott, wie soll ich denn den kriegen? Äh, ich glaube so schon mal nicht. Also doch. Wow. Das sah ja gerade echt interessant aus. Warte mal, ich lasse einfach mal hier so hinschmeißen. Oh, verdammt. Ich kriege den Wirbelwind nicht. Das ist ein Mist. Oh, das war irgendwie schlecht. Okay, mir fehlen noch. Oh Gott. Ich muss jetzt in dieser Runde vier Stück Sushi sammeln. Nein, 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 nein. Ich brauche noch ein Stück. Ein Stück brauche ich noch. Oh, das war... Alter, das war gerade richtig knapp. Oh Mann. Okay. Oh yeah. Das ist eigentlich... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay. Da ist ein Wirbelding. Sind noch mehr. Das ist auch noch ein Wirbelding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht kriege ich... Oh. Wobbel, Wobbel. Flash. Und... Nein, nein. Ich glaube, das war keine gute Idee, das so am Rand runter zu werfen. Okay. Ich lasse einfach mal so random in der Mitte schmeißen. Hoffe mal, dass irgendwas Grünes dabei rauskommt. Oh, oh. Oh, fast, 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 fast hätte ich den Wirbelwind gekriegt. Verdammt. Ich glaube, das ist jetzt... Ich blick's nicht so ganz. Ich glaube, das ist jetzt hier so ein bisschen Glück. Yum, 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 yum. Okay. Noch fünf Stück muss ich sammeln. Okay, ich schmeiß einfach mal jetzt hier runter und hoffe, das Beste, was eigentlich nicht passieren darf, ist, dass sie so wie jetzt so ganz am Rand ist. Wobei, ich glaube, es dürfte gerade mal so reichen, weil das sind auch fünf Sushi-Stücke am Rand. Oh, yeah. Okay, die Stage habe ich auf jeden Fall schon mal geschafft. Mal gucken, was jetzt hier noch so passiert. Na, super. Da war jetzt aber nichts um mich herum, was ich hätte einsammeln können. Na, ja. Und flupsch. Alles klar. Bim, 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 bim. Und der Score steigt weiter an.